SWR 2 – Zeitwort Johann Reichert war 31 Jahre alt, als er Scharfrichter wurde. Ein junger Mann. Der Freistaat Bayern nahm ihn 1924 unter Vertrag. Doch das Amt wurde ihm auch ein wenig vererbt, denn er übernahm es von seinem Onkel. Die Reicherts waren eine Fleischer- und Abdeckerfamilie und, so sagte Reichert einmal selbst, über drei Jahrhunderte auch für Hinrichtungen zuständig. Er musste seinem Onkel mehrmals assistieren und er hat dann tatsächlich an Kohlköpfen geübt. Also damals wurde geköpft mit der sogenannten Fallschwertmaschine und hat dann noch einmal an einer Leiche geübt und am 24. Juli 1924 kam es dann zu seiner ersten richtigen Hinrichtung, sagt der Publizist Roland Ernst. Er hat ein Buch über Johann Reichert geschrieben, eine historische Erkundung mit dem Titel »Der Vollstrecker«. Darin schildert Ernst, wie Johann Reichert mit Mitte 20 schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrte. Er war ein sogenannter Kriegszitterer. Und er trank zu viel. Trotzdem übernahm er den Job des Henkers. Bei seinem ersten Einsatz traf es gleich zwei Menschen, einen Killer und seinen Auftraggeber. In dieser Nacht vor der Hinrichtung hatte er eine schlaflose Nacht. Er hat einem Journalisten, Erich Helmensdorfer, in die Tüte sozusagen diktiert, wie schwer ihm das alles gefallen ist und dass er sich sicher war, dass er das Richtige tut, weil eine höhere Ordnung, und darauf hat sich Johann Reichert immer berufen, das Urteil gesprochen hätte und er hat es nur vollstreckt. Johann Reichert diente drei politischen Systemen. Seine Tätigkeit begann in der Weimarer Republik. Damals wurden aber nur wenige Todesurteile gefällt, in manchen Jahren kein einziges. Erst im Dritten Reich stieg die Zahl der Hinrichtungen eklatant. Gelegentlich musste Reichert zusammen mit seinen Assistenten 20 bis 30 Hinrichtungen am Tag bewerkstelligen. Größtenteils in München, doch immer wieder auch in anderen Städten. Die ganzen Bombennächte, er konnte teilweise im Rahmen von Verdunklung oder Stoppen von Zügen oder gesperrten Straßen auch nicht immer garantieren, dass er rechtzeitig da war. Teilweise musste Johann Reichert heute in München hinrichten, morgen in Dresden, übermorgen in Köln. Der hat unglaubliche Fahrten hinternommen, man darf ja nicht vergessen, damals war das Autobahnnetz ja längst nicht so wie heute. Züge fuhren nicht immer und wenn irgendwo eine Bombe gefallen war, ein Bahnhof zerstört war oder eine Gleisanlage, musste der Zug teilweise über Stunden stoppen, teilweise sogar über Tage. Johann Reichert köpfte Mörder und Vergewaltiger, aber auch Geistliche und Widerstandskämpfer. Insgesamt 3.165 Menschen. Zu seinen prominentesten Opfern zählen Hans und Sophie Scholl. Nach dem Krieg dann richtete Reichert ehemalige Nazi-Größen hin, seine formaligen Auftraggeber. Auf Befehl der amerikanischen Besatzer. Bis diese ihn aus dem Verkehr zogen und einem Entnazifizierungsverfahren unterwarfen. Johann Reichert empfand wohl keine Lust an der Qual. Er bemühte er sich, Hinrichtungen zu vereinfachen, damit es für die Delinquenten schneller ging. Dennoch wendet Roland Ernst ein. Er hat gesagt, es war grausam, es war ganz, ganz schlimm alles, aber er hätte im Sinne einer höheren Macht agiert. Und sah also bei sich auch nicht die geringste Schuld. Es war für ihn schon extrem schwierig, aber er konnte eben davon nicht lassen. Und er hat letztlich auch immer keine Schuld gespürt, auch wenn man spätere Vernehmungsprotokolle aus den 60er Jahren ließ. Es gibt immer eine Rechtfertigung. Und wer wirklich Schuld empfindet, der hat keine Rechtfertigung. Der hat maximal Scham. Und das hatte Johann Reichert nicht.